Wir haben jetzt Live-Bilder aus Afghanistan von den Taliban, von unserem Partnersender CNN, die werden wir jetzt einspielen. Die Taliban haben ja eigentlich erklärt, es könne nicht sein, dass Bin Laden diesen Anschlag verübt habe, dass er Drahtzieher sei. Wir werden jetzt mal hören, was sie sagen. Das ist eine... Vom humanitären Standpunkt ist das ein schrecklicher Zwischenfall. Gibt es Fragen? Haben Sie Informationen bekommen von den USA über die... Es gibt bisher keinen Kontakt zwischen uns. Sicher wird es im Moment die Rettungsoperationen geben, die Vorrang haben. Wir haben keine Bestätigungen. Würden Sie diese Angriffe auf die USA kategorisch verurteilen? Unsere Politik ist ganz klar, wir haben das kritisiert, wir haben Terrorismus immer kritisiert. Können Sie ausschließen, dass Bin Laden da beteiligt war? Bisher hat niemand Verantwortung für diese Aktivitäten übernommen. Es heißt, Sie können mit Bin Laden nicht kommunizieren? Ist es so, dass Sie ihn von der Kommunikation abgeschnitten haben in den letzten Monaten? War das Ihre Politik? Es gibt keine Änderungen bei unserer Politik in dieser Richtung. Es heißt, dass Osama Bin Laden möglicherweise daran beteiligt sein könnte. Sind Sie besorgt, dass da eine Verurteilung auch der Taliban erfolgen könnte? Einmal zurück auf die Stunden in New York, die Stunden, in denen das World Trade Center von einem Flugzeug getroffen wurde. Wir sehen es hier.